Hier ist noch SV, der hat die Schnauze. Please, bitte pick nicht deinen besten Champion, ich will verlieren, bitte pick nicht deinen besten Champion, ich bin Zinscht und DP. Das ist so dumm. Das wäre ein No-Damage-SV, oder? Das wäre scheiße, dass ich SV bin, oder? Ich hätte ja einfach einen Champ picken sollen, auf dem ich nicht gut bin, weil der Zinsch keine SV-Spieler mag. Gut Sinn. Ja, SV macht keinen Schaden, oder? Ja, SV ist, glaube ich, ein ziemlich schlechter Champ, Digga. Nur doppelt so viel Schadenraut wie alle anderen. Nee, ist wieder scheiße gewesen, das Game. Ja, ich haz ihn nicht gerne bei euch. max